Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Ja, wir hatten uns schon mit dem Thema Singletons in unserem Projekt beschäftigt, in unserem kleinen Minigame. Und wir sind dort vielleicht anders vorgegangen, aber Kotlin hat extrem mächtige Eigenschaften, was Singletons angeht. Ihr erinnert euch vielleicht noch ganz grob daran, was wir machen mussten. Um das nur mal ganz kurz zu demonstrieren, erstelle ich hier mal eine neue Datei und nenne die mal... Komm schon, was ist denn los? Eine neue Datei, die wir Singleton nennen. Singleton. So, und ja, wir hatten das Ganze so gemacht, wie man das in Java machen würde, sodass es eben nur eins davon geben kann. Das heißt, wir sagen hier, wir haben eine Klasse, nennen die Singleton. Singleton. So, und da muss dann natürlich noch der normale Code eurer Klasse rein. Ja, das heißt, hier ist quasi nur jetzt der Singleton-Teil implementiert. Dann haben wir hier eine private instance, ist gleich, ähm, achso, eine private instance vom Typ Singleton. Ähm, das können wir eigentlich als Value definieren. Wobei, nee, es ist eigentlich eine var. Ähm, und das ist natürlich ein Singleton. Und dann brauchen wir hier ein, äh, äh, get Singleton, eine, eine, ups, oder eine Function get Singleton. Get Singleton. Und die muss natürlich aufpassen, dass sie hier, oder get Instance besser gesagt, get Instance, damit wir hier nur wirklich eins von diesen Dingern haben. Das heißt, wenn eben, achso, von, dann die return mir dann natürlich ein Singleton. Ähm, und ja, wir müssten hier dann irgendwie sowas machen, wie if instance gleich gleich null, dann, ähm, create oder sowas, oder Singleton gleich new Singleton und so weiter und so fort. Ähm, also Singleton oder instance. Ich schreibe das jetzt tatsächlich mal aus, damit ihr seht, wie viel man sich da eigentlich erspart. Und was dieses Muster eigentlich auch bewirken soll, ist gleich Singleton. Und ansonsten return, äh, instance. So, ähm, und das ist sozusagen the Java-Way, ja, das ist das Aufwendige, so, ähm, und das, selbst das ist nicht genug. Das Problem ist, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel mehrere Threads laufen lassen würdet, dann könntet ihr hier ohne Probleme einfach dieses Instance-Ding, ähm, einfach mehrfach generieren. Und was ihr auch machen könnt, ihr könnt einfach ganz normal in eurer Main schreiben, Main, ähm, A ist gleich, äh, Value A ist gleich Singleton, Value B ist gleich Singleton. So, überhaupt kein Problem, geht alles ohne Schwierigkeiten. So, und dann habt ihr schon zwei Singletons und das soll natürlich nicht passieren. Und deswegen möchte man eine Art und Weise haben, wie man wirklich nur ein Objekt erzwingen kann. Warum das übrigens sinnvoll ist, das haben wir in unserem Text-Adventure schon lange, lange definiert gehabt. Zum Beispiel, ihr könnt nur eine Karte haben, ja, ihr könnt nur einen Spieler haben, ihr könnt zum Beispiel nur eins von diesem legendären Schwert haben und so weiter und so fort, okay. Und das jedes Mal zu checken, ist sehr, sehr nervig. Und was Kotlin deswegen für euch gemacht hat, ist einfach folgendes. Es gibt das Object Singleton. Fertig. Object Singleton macht genau das für euch. Darin könnt ihr jetzt quasi alles machen, was ihr in einer Klasse habt. Zum Beispiel könnt ihr eine Variable A vom Typ int haben, ist gleich 42 und so weiter und so fort, ja. Was ihr aber nicht machen könnt, ist, ihr könnt das Ding nicht erstellen. Das heißt, wir haben keinen Konstruktor oder sowas. Wir können einfach kein Object Singleton erstellen. Und deswegen, naja, weil wir eben nur eins von diesen Dingen haben können, geht man davon aus, dass die eben direkt bei Programmstart schon wissen, welche Parameter sie haben. Weil die können ja wenig nur von allem abhängig sein. Und wenn man sie eben nicht hat, dann kann man es immer noch ändern. So, das heißt, was wir jetzt hier machen ist, wir haben, oder wir greifen hierauf nicht zu, als wäre es eine Klasse, sondern wir greifen darauf zu, als wäre es eine Variable, die von allen irgendwie zugänglich ist. Aber es hat die Funktion einer vollständigen Klasse. Das heißt, wir können hier auch sagen, wir haben eine Funktion Increment A. Das macht nichts weiter als A++. Und dann haben wir irgendwas anderes noch. So, wenn ich jetzt hier eben mein Value A habe und dann rufe ich hier A.Increment A auf, das erhöht ja A. So, und jetzt behaltet im Kopf, dass das Ding hier 42 war. Und jetzt, was wir jetzt machen ist, wir geben hier unten drunter A aus. So, sollte 43 sein, das ist relativ sinnvoll, ne? A.A. Und, ähm, das sollte ich vielleicht erst noch so machen. Ähm, gibt natürlich 43 dann aus, ist relativ logisch, ne? So, was mir jetzt bei Klassen erwarten würde, Value B ist gleich Singleton. Da würde man jetzt erwarten, wenn ich B.B ausgebe, äh, B.A besser gesagt, ähm, dann erwartet man natürlich, dass ich hier zwei verschiedene Werte habe. Nämlich einmal 42 für B und einmal 43 für A. Das ist aber bei Singletons genau nicht, was ich möchte. Singletons sollen genau dasselbe für alle sein. Das heißt, alle, die darauf zugreifen, haben dieselben Werte. Ja, das ist sozusagen statisch. Alles verändert sich zusammen. Und deswegen hat natürlich hier auch B dieses 43. So, was Kotlin für euch noch im Hintergrund macht, ist, das Ganze ist auch noch Thread-safe. Das heißt, ihr könnt hier Multi-Threading machen, überhaupt kein Problem. Das Ding bleibt ein Singleton. Da müsst ihr euch nicht weiter drum kümmern, alles für euch erledigt. Und ihr müsst euch auch nicht drum kümmern, dass man sich so ein Singleton erstellen kann und so weiter und so fort. Und das ist ziemlich, ziemlich cool und sehr, sehr nützlich. Ja, und das war es eigentlich auch schon, was ich euch zeigen wollte. Versucht das mal auf euer Text-Adventure anzuwenden. Versucht dort einfach mal so ein bisschen die Logik von Singletons noch ein bisschen auszureizen. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.